Ja, heute ist es ja warm. Ah! Es hat nicht geschrien, haben sie nichts gehört, alles gut. Alter, bin ich erschrocken, Mann. Tut mir leid, mach mal die Sirene, oh, die Sirene ist so laut. Genau, Leon, du sagst es, die Betonung, da war ein Baum und ein Telefonmast. War das gerade dein Ernst? In der Krattenstrecke, die verweigte Häuschen. Ja. Ja.